Ich glaube, ich bin bereit für ein neues Video. Es war ja, ich habe lange nicht mehr gedreht, aber heute ist es wieder soweit. Hallo, ich bin der Johannes und ich zeige dir, wie du dein Geld für dich arbeiten lässt. Und in diesem Video zeige ich dir einmal ETFs, mit denen du gut und günstig in den Markt investierst und gleichzeitig auch noch Dividende absahnen kannst. Denn jeder, der meine Videos schon ein bisschen länger schaut, weiß, ich liebe Dividenden. Jetzt ist es raus. Es ist einfach so. Es gibt ja verschiedene Märkte auf der Welt. Ich glaube, das ist der perfekte Anfang dafür. Es gibt verschiedene Märkte auf der Welt. Es gibt zum Beispiel den deutschen Markt, es gibt den französischen Markt, es gibt den italienischen Markt. Übergeordnet gibt es dann den europäischen Markt oder den US-amerikanischen Markt. Und darüber geordnet gibt es dann noch den Weltmarkt, den globalen Weltmarkt. Und all diese Märkte bilden den ihnen entsprechenden Wirtschaftsraum mit den darin wichtigsten und größten Unternehmen ab. Jetzt hört man immer wieder, wenn man sich mit dem Thema länger beschäftigt, dass der Markt an sich ein sehr schwer zu schlagender Konkurrent ist. Jetzt gerade im Vergleich zu aktiv gemanagten Fonds. Und das ist cool, denn in den Markt zu investieren bedeutet eigentlich fast keine Arbeit. Und zusätzlich kann es natürlich ziemlich billig sein, wenn man dafür ETFs benutzt. Jetzt habe ich zuletzt gelesen und ich verlinke den Artikel mal unten in der Beschreibung, dass wir deutschen Anleger, die wir unsere Kaufentscheidungen selbst treffen, es schaffen, trotz dem investieren in ETFs eine negative Performance durchschnittlich von 0,55, also minus 0,55 Prozent im Jahr zu erreichen, obwohl der Markt nicht unbedingt was dafür kann. Jetzt sind ETFs zwar super tolle und günstige Finanzprodukte, was wir in der Mehrheit aber anscheinend falsch machen ist, dass wir unsere Füße nicht stillhalten können und die einfach zu früh wieder verkaufen und damit in erster Linie Unmengen Transaktionsgebühren verursachen. Der zweite Grund laut dieser Studie ist, dass wir zu spezialisiert vorgehen und anscheinend lieber Nischen-ETFs kaufen, anstatt lieber so diversifiziert wie möglich in große Märkte oder am besten gleich in die ganze Welt zu investieren. Warum machen wir also diesen kostspieligen Fehler? Meine erste Vermutung ist, dass wir uns einfach ein bisschen überschätzen und es anderen auch gerne beweisen wollen und dass wir es besser machen wollen als andere, was aber selten funktioniert. Der zweite Grund ist, dass es einfach tierisch langweilig ist, einfach in große Märkte zu investieren, zu warten und regelmäßig Geld zu kassieren. So komisch es klingt und obwohl es die anscheinend lukrativste Art ist, zu investieren. Unsere Ungeduld scheint uns also allerlei irrationale Entscheidungen treffen zu lassen und gemessen daran bin ich selbst ein Irrationalitätsopfer, weil gemessen an meinem aktuellen Kapital hätte ich am besten nur auch in einen einzigen ETF investiert, der den Markt abbildet. Am besten den Weltmarkt oder die USA, die haben auch ganz gut gerockt in letzter Zeit. So was mich jetzt persönlich davon abhält, einfach in so einen Weltmarkt ETF zu investieren, sind die Dividenden und dass ich einfach immer auf der Suche bin nach guten Dividendenaktien. Ich finde das passive Einkommen, das sie generieren, einfach zu schön, um mit meinen Investitionen nur auf Kursgewinne zu setzen. Weil, wenn ich jetzt in so einen Weltmarkt ETF investiere, ich habe jetzt zum Beispiel MSCI World oder MSCI ACWI, also ACWI im Kopf, MSCI schüttet keine Dividende aus. Da gibt es also nur Kurs- bzw. Buchgewinne, was auch schön ist, aber wenn ich dann irgendwas von meinen Gewinnen realisieren möchte, dann muss ich solche Anlagen verkaufen und das will ich eigentlich nicht. Und deswegen finde ich es so schön, einfach an Gewinnen von großen Unternehmen teilzuhaben und das geht einfach mit Dividenden sehr, sehr gut. Für alle, die auch so denken und begeisterte Dividendeninvestoren sind, aber auf der anderen Seite wissen, dass der Markt an sich ein sehr, sehr schwer zu schlagender Performance-Konkurrent ist, habe ich heute ETFs auf insgesamt sechs Indizes rausgesucht, die auch eine Dividende ausschütten. Für alle, die ihren Home-Bias so ein bisschen pflegen wollen, besprechen wir zuerst den DAX. Und da habe ich jetzt zum Beispiel den ComStage DAX UCITS ETF gefunden. Der hat Verwaltungsgebühren, also Total Expense Ratio von 0,08%. Die Performance seit Fondsauflage, also seit 21.08.2008 bis heute, ist 67,58% bzw. 5,26% pro einzelnen Jahr. Apropos Performance, der DAX ist ja ein Performance-Index. Das heißt, er beinhaltet die Dividenden, die die Unternehmen, die darin enthalten sind, ausschütten. Die werden darin addiert, was dafür sorgt, dass der DAX immer so schön steigt. Und so sieht der DAX übrigens einmal als Kursindex aus, also ohne, dass die Dividenden mit berücksichtigt sind. Während der DAX Kursindex seit dem Start 1988 ungefähr 400% zugelegt hat, hat der DAX als Performance-Index, den man ja immer im Fernsehen sieht, um knapp 1000% zugelegt. Das zeigt mir einerseits, dass der DAX so natürlich nicht die wirkliche Wertentwicklung der deutschen Unternehmen widerspiegelt. Was ich eigentlich ein bisschen blöd finde, also ich fühle mich jetzt im Vergleich zum S&P 500, das ist ein Kursindex, fühle ich mich ein bisschen verarscht, also ich frage mich, warum macht man sowas? Andererseits ist es aber auch ein super tolles Argument für Dividenden, weil man hier einfach sieht, wie sehr die über die Zeit ins Gewicht fallen. So, aber ich schweife ab, zurück zum ETF. Das Fondsvolumen sind 800 Millionen Euro. Dividende gibt es einmal im Jahr, Ende August 2017 war die Dividendenrendite bei 2,96% und in den letzten zwölf Monaten, also man könnte eigentlich sagen, im Jahr 2018, war die Dividende bisher 3,01%. Der ETF schüttet erst seit 2017 Dividende aus. Damit weiß man auch gleichzeitig, was die DAX-Unternehmen so an Dividende geben. Als nächstes zum US-amerikanischen Markt, den kann man sehr schön mit dem S&P 500 abbilden und da habe ich den Vanguard S&P 500 UCIT SETF gefunden mit einer Total Expense Ratio von 0,07% pro Jahr. Die Dividendenrendite war in den letzten Jahren immer bei so knapp 2%, aber dafür hat der Index in den letzten 5 Jahren durchschnittlich 14% an Kursgewinnen pro Jahr zugelegt. Das Fondsvolumen aktuell 18 Milliarden. Dividende gibt es amerikanisch viermal im Jahr, nämlich im März, Juni, September und im Dezember. Ja, also zurzeit ist da wieder Payday. Die nächsten mache ich ein bisschen schneller, die sind aber auch alle unten in der Beschreibung oder im Artikel verlinkt. Will man in den europäischen Markt investieren, kann man zum Beispiel den ComStage Eurostoxx 50 UCIT SETF mit einer Total Expense Ratio von 0,08% und einer Dividendenrendite von 3 bis 4% auswählen, sowie den iShares Eurostoxx 600 mit einer Total Expense Ratio von 0,2% und ebenfalls einer Dividendenrendite zwischen 3 und 4%. In den australischen Markt kann man mit dem Luxor Australia S&P ASX 200 für 0,4% Total Expense Ratio investieren und der ist extrem dividendenstark mit durchschnittlich 4,5% Dividendenrendite pro Jahr. Und möchte man am britischen Markt partizipieren, sollte man mal ein Auge auf den HSBC FTSE 100 werfen. Der hat eine Total Expense Ratio von 0,07% und eine Dividendenrendite von durchschnittlich knapp 4% in den letzten 5 Jahren. Natürlich kann man auch gleich in die ganze Weltwirtschaft investieren, also in den globalen Markt sozusagen. Das wird von vielen empfohlen, weil man einfach dadurch die maximale Diversifizierung hat. Wie zu Beginn schon einmal erwähnt, wird hierzu oft der MSCI World oder MSCI ACWI, also ACWI, empfohlen. Der Unterschied zwischen den beiden besteht darin, dass der MSCI World die entwickelten Länder umfasst und der ACWI dann noch zusätzlich die aufstrebenden Märkte wie China, Indien, Ozeanien, Südamerika und Afrika. Ein solches Investment ist extrem rational und über die Jahre wahrscheinlich auch sehr gewinnbringend, aber Dividenden gibt es dort nicht. Zumindest nicht so viel ich weiß. Das waren sechs Dividenden-ETFs, mit denen man auch sehr schön in den Markt investieren kann. Für alle, die ganz genau wissen, der Markt ist ein super schwer zu schlagener Konkurrent. Eigentlich möchte ich in den Markt investieren, um sehr, sehr stark diversifiziert zu sein, aber eben auch gleichzeitig Dividenden kassieren, weil Dividenden so ein tolles Werkzeug sind. Schreib gerne deine Gedanken zum Thema unten in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Es ist übrigens gerade Weihnachtszeit, während ich das Video aufnehme. Also für alle, die das Video auch in dieser Zeit schauen, schöne Weihnachten und auch einen guten, geschmeidigen Rutsch ins neue Jahr. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und tschüss.